Ah, das lag mal wieder Oh, da läuft Raps und Ich nehme einfach mal hier diese ganzen Gesteinsklumpen mit So, ich stecke hier fest Und ich vermute gerade stark, dass der Cave bei Raps wieder voll ist So, Nummer 2 Oh, Herr Okay. Okay, dann steige ich hier einmal aus. Hier ist meine schöne Höhle. Alles meins. Meine schönen Gesteinsbrotten. Kann man die nicht eigentlich auch irgendwie manuell hier einsammeln? Vielleicht kaufe ich mir auch mal demnächst einen neuen Spielnamen zu Wast. Vielleicht kennt ihr das ja. Das finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Die sind ganz schön schwer, wenn ihr mal guckt. Masse 5,7. Wir sollten echt mal abnehmen. Äh, wir sollten echt mal abnehmen. Ja, ich bin gerade auf dem Aufnahmestopp-Knopf gekommen. Ich halte jetzt einfach mal T gedrückt. So. Vielleicht würde es ja mit einem Entförderband besser klappen. Man weiß es nicht. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ein besseres Bohrraumschiff bauen. Aber erstmal bin ich dafür, dass ich mir hier wieder einen neuen Bohrer baue. Das wäre echt praktisch. So. Und morgen ist Freitag. Ich liebe Freitage. Ich liebe Freitag. Also nicht wortwörtlich, sondern ich mag sie. Hier ein paar Gebrauchschwungen können wir dran lassen. Was ist mit dir los? Ah, Fraps hatte wieder ein paar Facken. Fachcontainer klein. Ne, nix drum item. Ganz normaler Stein. Ich glaub zwei hiervon reichen auch locker aus. Naja, nö, ich schmeiß den Kram auf der Station weg. Das ist doch schon ganz lustig. Immer so ein paar Sachen einsammeln. In der Raffinerie können wir ja auch nochmal was craften, sag ich jetzt mal. Und wenn das Survivalmodus dazu kommt, das wäre zu herrlich. Damit werde ich dann auf jeden Fall anfangen. Dann werde ich diese Playlist umbenennen, Space Ingenieurs Kreativmod. oder Maut. Oder Maut. Maut. Ich könnte es natürlich auch Modus nennen, aber das ist mir persönlich ein bisschen zu langweilig. Das da sieht aus wie Silbererz. Blüb. 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 Ich hab mal Atoro, yay! Natürlich ist das hier voll die schöne Station. Könnte ich denn eine neue bauen, weil hier will ich irgendwie nicht bleiben. Ich find das hier nicht so prickelnd. Ach, ich flieg einfach hier drüber. Hier bauen wir uns jetzt unsere neue Station auf. Nein, ich passe sogar hier. Es geht auch so... Ohhhh... Ich weiß auch noch nicht so ganz... ...wie ich das jetzt hier mache. Ich fliege jetzt hier zurück... Oh...das fliegen geht auch schnell... Dann bemerke ich gerade. Da waren wir vorher nicht so schnell. Das Monsterteil hier muss natürlich mitkommen. Jetzt legt's mal wieder. Ach ja, aber mittlerweile muss ich sagen, ich gewöhne mich langsam dran. Ich schaff das. Nicht, dass wir da wieder die Hälfte kaputt machen vom Schiff. So, wo sind wir jetzt hergekommen? Ich glaube von links. Was ist das jetzt hier? Das ist jetzt aber auch. Jetzt ist mein Handy gerade angekippt. Ich bin da links entwirkt gekommen, ne? Boah, anstatt dass ich mir immer sowas merke. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, da steht unser merkwürdiges Raumschiff. Habe ich das echt so schräg geparkt? Ich habe keine Ahnung, wie viel Platz noch nach oben ist, deswegen... Ich bin da, ich bin da. Wow... Fung. Oh, mal gut, dass ich davor stehen geblieben bin. Wunderschön. De Bro? E.D. Mac, I'm gone now. Mac, I'm gone now. I'm gone now.